Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten, We Will Rock You, hat am 21. Oktober in Berlin Premiere. Doch gefeiert wird schon vorweg. 400 Fans haben die Möglichkeit, die Rocklegenden Brian May und Roger Taylor sowie Erfolgsautor Ben Elton zu treffen. Für die auserwählten Queen-Anhänger ein absoluter Höhepunkt. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die Herrschaften mal live zu sehen. Außer 86 in Köln, klar. Ich hätte gerne ein Foto von Brian und meinem Rücken gehabt. Ich habe Freddie Mercury auf meinem Rücken tätowiert. Hinter die Kulissen einfach zu blicken, wer das Stück erschaffen hat, wirklich aus den Wurzeln gebracht hat. Das ist natürlich ein total einmaliges Erlebnis. Cool. Natürlich als Musical-Fan musst du es auch dann gesehen haben. Weil die so coole Musik gemacht haben früher, mit dem Freddie zusammen. Und da sind sie auch schon, die Weltstars der Kultband Queen samt Ben Elton, Regisseur und Autor des Musicals We Will Rock You. Sichtlich genießen sie das Bad in der Menge. Nach dem Fantreffen stehen die drei We Will Rock You Stars den Pressevertretern Rede und Antwort. Hierbei erfahren wir unter anderem, was die drei über unsere deutsche Hauptstadt denken. But it will be different in Berlin because We Will Rock You is rooted in the history of rock and roll, where you are sitting. So Ben's very aware of this. And I think it will be a great match. I think it will work very well in Berlin. I think it will be actually the highlight of what we've been heading towards. It's also a very beautiful theatre here. And I think it will work very well in here. And I don't see why it shouldn't be as well received here as it has been in other places. But I'm aware that Berlin is a sort of cultural centre now. When you see that live experience and a thousand, two thousand people are on their feet feeling like champions, I think it's because we keep working on it to make them feel like champions and to make ourselves feel good about it. This is not some franchise that we just push out into the world and hope everyone will pay us a lot to see it. No, it's something that we believe in and we continue to recreate wherever we go. This is a beautiful theatre to be doing it in here. So the sets are also different. This is a newly designed set. I'm here in Berlin. Brian Mayer and Roger Taylor are here in Berlin working on We Will Rock You because we know we're going to offer hopefully the best evening in the theatre you've ever seen. Because you see, for us, We Will Rock You is not just a title. It's a promise. We will rock you. Eine fantastische Story, leidenschaftliche Darsteller und 25 der größten Queen-Hits eröffnen eine völlig neue Musical-Dimension. We Will Rock You. Ab dem 21. Oktober 2010 auch endlich im Berliner Theater des Westens. We will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you.